Künstliche Intelligenz ist bereits Teil unseres Alltags. KI wird auch unsere Büroarbeit immer mehr prägen. Sie ist ein komplexes Thema, kann aber in unseren Büros viel helfen und unseren Alltag erleichtern. Das können Sie bei uns lernen. Wir schauen uns Assistenzsysteme an, die Arbeitsprozesse digitalisieren und erneuern. Wir lernen, wie Inhalte optimal digitalisiert und elektronisch aufgewertet werden. KI sorgt für Konsistenz und Sicherheit und kann Vorhersagen über Arbeitslast und Ressourcentreffen und dadurch Entscheidungen und Planung beschleunigen. Und Ihren eigenen Chatbot können Sie im Kurs auch gleich bauen. Der Kurs folgt keiner starren Reihenfolge und kann modular nach individuellen Interessen zusammengesetzt werden. Alle Lerneinheiten enthalten Case Studies, interaktive Praxisbeispiele und Quizze und kein Prüfungsstress am Ende. Sie werden in der Lage sein, KI-Technologien einzuordnen, ihre Stärken und Schwächen zu verstehen, damit Sie für einen selbstbewussten Umgang im Arbeitsalltag eintreten können. Ausflug verabschiedet. Außerdem wird... ab exams? Vielen Dank.